wir erobern die bürg oder versuchen es oder tun so zumindestens schon ganz vergegen aus war ich hier nicht schon mal war voraus war freien daraus und habe über die ja hier war ich schon mal wollte schon sagen die kommen mir so bekannt war das ist doch gleich viel leichter ist das wer schießt dann auf mich jetzt habe ich ja noch irgendwo musik gehabt dass seine fisch ist ja nervig gut irgendwo hat dann auch jemand geschossen oder nicht war es das schon gut dann ich habe ganz vergessen im inventar über ihn nicht über zu schauen ob ich da irgendwie einen xp boost hätte das wäre doch mal was schönes trainingstagebuch das ist was anderes das ist ein anderes trainingstagebuch das ist auch nicht das was ich suche am teuer ist auch nicht ganz was ich suche ich weiß nicht genau was das ist aber das ist gerade unwichtig weil ich das nicht suche eine segnung er gibt hat und kampf pp pp das sieht gut aus einmal davon war es kann ich nicht trinken ok oder essen weil ich stören alter ich war gerade im inventar du kannst mich doch nicht einfach hinterrücks angreifen dafür kriegst du jetzt aber voll auf die fresse wieso bist du neuer versuch dabei stehen geblieben verbotenes buch ja das ist auch nicht ganz das was ich suche den tragen habe ich nicht vor zwei sekunden mit dem aus die klein holz gemacht kannst schon wieder da sein gegen das zwei auf einem haufen ich suche dabei ob du mich gerade an ist genauso wie deine anderen freunde da gerade das kann doch nicht wahr sein ich bin hier einfach angreifen wer da ist das ist doch nicht nett den kann ich nicht abwenden deswegen nutze ich den nicht die wüstung kauf nicht möglich das ist ja schön kann nicht gefärbt werden kann nicht versteckt werden genau die kann ich auch nicht gebrauchen oder zehn schwarz stein das ist nichts was ich gerade gebrauchen kann gut ich glaube dann habe ich alles was ich an erfahrung aktivieren kann aktiv wollen weiter dann wollen wir weiter in die menschen gegner masse ein ich glaube diesen platt habe ich gleich zwei auf einen streich versteht nein das ist doch gar nicht das was ich will so das wollte ich diesmal wirklich war gar nicht noch ein gegner habe ich jetzt erwischt oder den habe ich noch nicht ganz erwischt diesmal habe ich aber welche erwischt und er muss sich ja echt freuen gerade wieder gesporen und schon umgehauen das ist doch nett von mir oder nicht einfach direkt um hauen oder block ist echt gut da sind welche ich weiß unnötig gegner zu abzuschlachten ist nicht das netteste aber ich muss level ich brauche noch eine level irgendwie habe ich den jetzt voll erwischt den auch der war auch mal soll ich über immer noch die tastenkombination ist das keine kasten das ist eine kombination die mir ich muss mir echt die tastenkombination merken das löst irgendwas aus der platt der ist platte und der hinter mir aber noch nicht jetzt ist der platte er liegt zumindest der platte ist auch noch nicht ganz platt der hatte noch ein ganz ganz kleines bisschen herrs da oben ist doch noch was und das fehlt immer noch so viel noch 20 prozent wenn ich das richtig sehe das schneller wenn ich irgendwelche missionen verfolge das posten von sagen so schaut na guck mal wir haben da noch irgendeine kampfbeförderungs mission verfolge ich die doch mal wobei ich brauche erstmal mein pferd hier sondern ich glaube ich echt nicht viel dp was gibst du mir wie viel prozent da muss ich gar nicht für ein prozent brauche ich brauche ich wirklich zehn für ein prozent da muss ich so viele von den fertig machen das kann ich warte warum schon jetzt geht drauf ich will doch nur wissen naja ich brauche wirklich knapp 10 für ein prozent das heißt ich muss knapp 200 von den fertig machen ist ja gar nicht so viel hier haben wir schon ein paar ok kommen gleich zwei prozent so wünsche ich mir das aber trotzdem noch zu wenig das ist ein ganzer haufen gegner da kann ich vielleicht doch schneller was absagen als ich dachte springen wir einfach ein mehr als drauf gehen kann ich eh nicht und das ist ein video spürst du das so mitten rein hi ich hätte hier gern zwei sachen auf einmal gekauft bitte lasst mich auch in ruhe dann halt nicht dann überrenne ich euch halt wenn euch das lieber ist ach so ich kann jetzt aber noch gar nicht wieder nutzen vielleicht sollte ich besser zielen wäre eine idee oder ach das ist für ein massaker und gleich noch das zeit mit rumgerissen und jetzt für mich tatsächlich mehr so viel in die richtung sollen noch einige gegner sein weil wir hier drüber gucken oder sind wirklich noch eins zwei geklärt hat ja hier kann ich kann mal so ihr kommt hoch man ich habe die treppe übersehen einer weniger so ein bisschen überblick schaffen mann 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 wenn ich doch mal in echt so stark allein in so einem ganzen lager einzudringen allerdings gibt es solche lager gefahren glücklicherweise nicht zumindest nicht in deutschland die milizen lager gibt bestimmt noch irgendwo kommt mal alle mit ihr auf dem haufen seid viel praktischer als wenn ihr einzeln gegen mich antreten wollt nein falsche richtung block block ihr habt doch gar keine chance gebt auf respekt dass sie nicht aufgeben naja wir können vom spiel ja nicht aufgeben was hab ich da gerade bekommen versorgungspaket haben da sind schon wieder gegen so langsam weiter kann ich tut mir ja leid aber ihr kippt jetzt bitte alle berat um genau so habe ich mir das vorgestellt so und nicht anders so jetzt fehlt tatsächlich gar nicht mehr so viel gibt es hier noch irgendwo einen haufen die hinter mir das ist das die richtung er soll noch eine menge sein so hier soll noch irgendwo eine menge sein in die richtung ok ach guck mal hier ist noch so ein lager einfach mit rein einfach mit rein mehr als ep kann ich hier nicht bekommen ja ausnahmsweise mal die richtige richtung ohne es zu wollen so hier noch durch da habe ich fast mehr es fehlen noch sechs prozent ok da brauche ich wirklich nicht mehr an die mission denken sondern eher hier die sechs prozent zusammen sammeln das geht ja doch schneller als erwartet so sechs prozent heute kann ich mir so viel dann noch etwa 60 gegner und dann habe ich es so ist da oben noch irgendwie ein größeres camp das scheint auch ein haufen gegner zu sein zwei sind noch stehen geblieben von denen oder drei so ich muss mir echt mal die kombis anschauen und merken kann doch nicht weitergehen dass ich ständig nur kommen die los ich habe ihn nichtmals berührt ich habe ihn nicht berührt und er fliegt hin ich würde ja noch verstehen wenn ich im spiel abwerfen aber na komm schon vom pferd aus zu kämpfen während ich auf dem boden stehe ist jetzt nicht gerade sehr mutig und dann weiter weg so verschafft man noch ein bisschen neben ich habe ich das jetzt wieder angestellt nur mit einem maus klick ich kann den würfel aber schon wieder einsammeln das ist oder auch nicht weil mich krepp das niemand machen lässt andererseits würde ich den feind auch nicht einfach im lager stehen lassen ach da sitzt er ich hätte ihn fast übersehen ich hätte ich hätte ihn fast übersehen jetzt fehlen noch 40 gegner später ich habe ihn fast übersehen so dann was fehlen denn noch 20 gegner so Die kriegen wir auch noch. Da stehst du. Da standest du. So, fast geschafft, fast geschafft. Und da ist noch wieder ein ganzer Haufen, da ist noch wieder ein ganzer Haufen. Das freut mich so ein bisschen. Na komm schon, mach irgendwas. Ich brauche ein paar Leben, dafür reiße ich den Sperma wieder raus. Dem sollte ich eigentlich ein paar Leben zurückbekommen. Oh, ich bin in Stufe aufgestiegen und jetzt ist alles aufgegangen, obwohl ich hier mitten im Kampf bin. Was das ich nicht gerade empfehlen kann. Wieso passiert das da jetzt? Komm schon einfach durch euch durch. Bitte, danke, danke, bitte. Oder irgendwo in die Richtung. Ich habe das, was ich erreichen wollte.